Jeden Sonntag findet in Bayern auf Kanal 8 eine SSB-Runde statt. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. Die Funkerfreunde Oberbayern treffen sich jeden Freitag um 21 Uhr zur Schiengau-Runde auf dem unteren Seitenband USB, Kanal 26. Vorchheim funkt auf dem Kanal 4. Ein Gateway befindet sich auch in Vorchheim auf Kanal 29. Jeden Tag funkt Kronach von 10 bis 22 Uhr auf dem Kanal 38. In Ingolstadt treffen sich Funkerfreunde auf dem Kanal 3 und auf den PMR-Funk auf Kanal 10. Die lieben Schrottfunker, cooler Name, treffen sich auf dem Kanal 11. Sie befinden sich am Marktewitz im Fichtelgebirge. Die lieben Franken treffen sich jeden Tag ab 18.30 Uhr auf dem Kanal 26. Liebe Grüße gehen von hier aus nach Mödlerreuth. In München wird auch gefunkt. Jeden Sonntag ab 10 Uhr trifft sich die Münchner Morgenrunde. Du findest sie auf USB 36. In Nürnberg wird auf dem Kanal 77 gefunkt. Im Nürnberger Umland auf dem Kanal 70 wird auch gefunkt. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. Ochsenfurt funkt auf dem Kanal 36. Und immer um 19 Uhr werden Funkerrunden in Passau und dem östlichen Umland angeboten. Getroffen wird sich auf dem Kanal 72. Peeknitz trifft sich zu Funkerrunden auf dem Kanal 32. In Mittelfranken bei Rot treffen sich die Funke auf dem Kanal 10. Rotal am Inn trifft sich auf dem Kanal 19. Herzlich eingeladen sind die Funker im Schwarzen Feld auf dem Kanal 3. Und last but not least wird im Würzburger Umland auf Kanal 31 gefunkt. Wir wünschen allen Funkfreunden viel Spaß und viel Freude beim Kennenlernen und Funken. Wir wünschen allen Funkerrunden auf den Kanal 30.